Meine Mutter hat dann sehr lustige SMS'e verschickt. Wirklich sehr lustige SMS und ich möchte euch gerne mal die SMS'e, die ich aufbewahrt habe, möchte ich euch gerne mal zeigen. Ja? Also, die erste, glaube ich, die allererste SMS meiner Mutter, die ich bekam, war diese hier. Moment. Hier. Hallöche Mama, klappt schon super. Alles echt. Genau wie die Fotos, alles echt. So, nächstes Bild. Also, nächste SMS. Lieber zu füren. Iev gefürt es dir. Ich weiß nicht, vielleicht hat Mama gerade einen russisch Kurs gemacht, ich habe keine Ahnung. So, dann hier noch, noch eine SMS. Auch eine russische SMS. Lieber Gruß. Ist 37, war und hat Komma, das und 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 und. Am Wurst 6 rennt und und und, besuchen K6s und 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 und, Fragezeichen. Meine Mutter wusste nicht, wie man ein Fragezeichen tippt und hat deswegen Fragezeichen ausgeschrieben. Auf die Idee muss wir erstmal kommen. Die Nachricht kam dann gleich ein paar Mal hinterher. Kam dann gleich ein paar Mal hintereinander. Dann kam diese. Wie macht man eigentlich ein Satzzeichen? Fragezeichen. Ich finde es großartig. Ich sehe sie vor mir, wie sie tippt. Fragezeichen. Dann passierte Folgendes. Dann bekam meine Mutter ein neues Handy, auch wieder von mir. Gott sei Dank, wirklich sehr lustig. Dieses neue Handy konnte, oder hatte die Funktion, T9. Ja, wir haben alle dieselbe Mama. Ich habe versucht, meiner Mutter T9 zu erklären. Ich sagte, Mama, T9 ist super, du bist viel schneller fertig. Das heißt, du musst ab sofort auf deinem Handy nicht mehr die ganzen Tasten einzeln drücken, bis du an die Buchstaben kommst. Nein, viel besser. Aus der Kombination der Tasten weiß dein Handy schon Bescheid. Das heißt, während du schreibst, weiß das Handy, was du schreiben willst. Und meine Mutter. Er hat mir nicht geglaubt. Doch, Mama, wirklich. Dein Handy weiß schon, während du tippst, welche Worte zu bilden sind, welche Worte möglich wären. Und dann schlägt es dir in einer Liste diese Worte vor. Ganz wichtig, Mama, ist, du musst jetzt aus dieser Liste das richtige Wort aussuchen. Es geht trotzdem viel schneller. Wunderbar. Meine Mutter. Ja, ja. Und wir alle wissen. Ja, ja. Es leckt mich am Arsch. Meine Mutter hat gar nichts ausgesucht. Meine Mutter hat getippt. Senden weg. Aber dabei, wirklich, sind die lustigsten SMSer entstanden, die man in seinem ganzen Leben bekommen kann. Ich bin Felsenfässer davon überzeugt. Ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Zwei mitgebracht. Die erste SMS, T9, SMS meiner Mutter, ist diese hier. Lieber Söhn, schmill fasst du dich, denn fasst tödt, wir regen vor an Ortes. Ich habe ungefähr drei Wochen gebraucht, um diese SMS zu übersetzen. Das war eine harte Nuss. Das war eine harte Nuss. Lieber Sön, schön, dass du dich gemeldet hast und wir sehen uns an Ostern. Diese Nachricht finde ich schon ganz lustig, finde ich schon sehr amüsant. Glaubt mir, sie ist nichts gegen die Letzte. Die Letzte, ich muss das kurz vorweg nehmen, ist allerdings unter FSK 18 nicht freigegeben. Unfreiwilligerweise. Meine Mutter hat das aus Versehen, ich hoffe es sehr, weil sonst wäre es ganz sicher. Meine Mutter hat also eine SMS geschrieben, die unter FSK 18 nicht freigegeben ist. Sie kam von einer ihrer Städtereisen. Meine Mutter war auf Städtereise und schickte mir dann folgende, folgende SMS. Ärztliche Urlaubsgrüße aus Kondom. Wir sind in Öle Toyo, total voll. Hier kann man Lutschen mieten. Sarah hat kein Anal mehr. Fickenkuss, Mama. Wirklich, 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 diese SMS, diese SMS ist echt, wirklich. Selbst wenn ich wollte, kann ich so viele versaute Worte in einer SMS gar nicht unterbringen. Wenn ihr ein Handy habt mit den Neuen, schreibt es nach. Wenn ihr gleich wisst, was es heißen sollte, schreibt es einfach nach. Ich schwöre euch, wenn ihr die falschen Worte auch oder eben nicht, je nach Betreiber, dann kommen diese Sachen dabei. Gut, 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 okay, es gibt ein paar Betreiber, die haben mittlerweile diese schlimmen Worte aus der Belegung rausgenommen, sowas wie Bier oder und, aber die anderen Worte, die stimmen. Die übersetzen wir für euch. Also, herzliche Urlaubsgrüße aus London. Na klar, wir sind in Old Town. Total toll, hier kann man Kutschen mieten. Sarah hat kein Anal mehr, wie ich finde, der beste Satz der Welt. Sarah hat kein Anal mehr, heißt übersetzt und glaub mir, kommt im Leben nicht drauf. Sarah hat kein Anal mehr, heißt übersetzt, Papa hat keinen Bock mehr. Dicken Kuss, Mama. Dieses, diesen Ficken Kuss übrigens, ist zu einem geflügelnden Ausdruck innerhalb unserer gesamten Familie geworden. Wirklich, meine Schwester und ich, wir schließen heute noch diverse SMS mit den Worten, Ficken Kuss, dein Bruder. Wirklich, oder, oder, oder wenn wir auf Familienfesten sind, meine Schwester und ich, wir sitzen immer, wir hocken immer irgendwie zusammen. Einer von uns beiden sagt garantiert irgendwann, sagst du noch Anal? Naja, komm doch auch nicht. Und meine Mutter, die sitzt auch irgendwo, die macht das. Da, 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 da.